Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein Fotoshooting-Video für euch. Vor ein paar Wochen habe ich schon auf Instagram nachgefragt, welche Ideen ihr so für Fotos habt. Und da kamen sehr, sehr viele Ideen, zum Beispiel mit einem Cowboy-Hut oder über die Wiese galoppieren mit einem Halsring oder freihändig galoppieren und sowas halt. Und da haben wir auch ein paar Sachen, konnten wir auch benutzen, aber ein paar gingen leider nicht. Ich hatte jetzt keine professionelle Fotografin, sondern meine Cousine hat das gemacht, weil sie macht das halt aus Leidenschaft schon seit vielen, vielen Jahren. Und sie mag halt besonders die Fotografie und ich finde, sie macht das richtig, richtig gut. Also nochmal vielen, vielen Dank an meine Cousine. Wir haben die Fotos auf einer Wiese gemacht. Das war vielleicht nicht so die schlauste Idee, weil wir haben ja zwei gefressige Ponys und die hatten natürlich dann ein Fressen im Kopf. Aber ich glaube, dass dann doch ein paar gute Fotos dabei sind. Und die auf Instagram, die mir da schon folgen, die durften schon ein paar Bilder sehen, die wir vom Fotoshooting gemacht haben. Und ihr habt die ja noch nicht gesehen, die, die nicht auf Instagram mir folgen. Deswegen habe ich auch gedacht, dass ich dieses Video mache für euch. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches, was euer Lieblingsfoto ist und warum. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei den Fotos. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017